Ja, da habe ich mich aufgewundert, hey, wie sind die Ant-Man 2 drin? Der ist doch schon lange draußen. Ja, ja, da habe ich auch so gut, hey, doch, da ist er doch, aber sie hat mich nicht aufgeführt. Der muss mal extra suchen, der ist so dumm. Ja, so ein bisschen sollten sie dann noch zurückholen, wäre schon geil. Ich bin auch noch down. Haut alle weg. Ich bin jetzt da wieder. Vorher raus. Alle, mit ihren Granaten, was geht mit denen? Ja, aber ich denke mal, viele Sachen werden noch kommen, wie Captain Van Nuo oder so. Ja, ich denke auch, dass, ich glaube auch, dass beim amerikanischen Disney Plus ist ja schon mehr. Dass zum Beispiel auch, ähm, zum Beispiel Mandalorian, auch eine mega geile Serie, kann ich auch jedem Star Wars Ding nur empfehlen. Weil ich habe, als Mandalorian rausgekommen ist beim Disney Plus im amerikanischen, habe ich mir über, ja, ich weiß, wobei illegal ist es auch nicht, Ich habe halt über VPN mir auch, ähm, einen Monat Disney Plus schon mal geholt gehabt, über holländische, ähm, Disney Plus, weil die hatten das auch von Anfang an. Und da gab es Mandalorian ja dann schon. Und lustigerweise, und das finde ich eigentlich das Krasse, die deutsche Synchro ist ja schon komplett, also schon komplett, also ich habe es komplett auf Deutsch angeguckt, Mandalorian. Die komplette erste Staffel, aber im deutschen Disney Plus bringt sie trotzdem jetzt wöchentlich nur die Folge raus. Ja, ich verstehe es nicht. Also, also es gibt ja gar keinen Grund, warum sie das nicht auf einmal raushauen. Es gibt gar keinen Grund dafür. Es ist eigentlich schon komplett fertig. Es ist einfach nur so dieses Unnötige in die Länge ziehen halt. Aber, ja, egal. Ich verstehe es auch nicht. Immerhin kann ich empfehlen, so sagen, ja, man kann es auf jeden Fall sich gönnen. Ich habe, was, jetzt vier Folgen gibt es mittlerweile? Ja, ich glaube vier Folgen gibt es jetzt, aber auch schon wieder bekannt. Hammer, also cooles Ding. Und wie sie es halt gemacht haben, die Art, wie sie das gefilmt haben. Ja, das ist geil. Die nächste Art von CGI eigentlich. Richtig gut. Mit dieser geilen LED-Wand da hinten dran. Das brauchen wir auch in unserem Pixel-Helden-Studio, was wir uns natürlich irgendwann bauen werden. Ja, absolut. In unserem Pixel-Helden-Großraumbüro. Seht ihr, dass das eine Fitzel über uns ist? Ja, da sehen wir es auch noch. Ja, sehe ich auch gerade. Der kleine Penis ausschweift da. Und ey, das ist keine Werbung oder so. Wir werden jetzt nicht dafür bezahlt von Disney. Danke, Disney. Nee, nee, also ich mache auch mal noch eine Werbung für Amazon Prime. Netflix, Skytel. Das sind auch coole Sachen bei Amazon Prime Video. Ja, Amazon Prime stockt auch ihr Angebot. Extrem geil auf, immer. Und halt auch die Amazon Prime Originals da mittlerweile auch. Auch mehr geiler. Auch cooles Zeug, man. Ich halte den nicht ewig so. The Boys ist hammer geil. Ja, The Boys ist echt hammer. Kann ich auch echt empfehlen. Carnival Row fand ich auch sehr cool. Habe ich im englischen Original angeschaut. Ich fand, vor allem das lustige ist, weißt du, wie ich drauf auf die Serie gekommen bin. Ich habe mal vor Zeiten, ich weiß gar nicht warum, aber vor Zeiten habe ich mal die Cara Deloween irgendwie gefolgt auf, glaube ich, Instagram. Und die hat dann Werbung dafür gemacht, weil die ja die Hauptrolle, der spielt, oder eine der Hauptrollen spielt. Und dann dachte ich, das sieht ja irgendwie cool. Das wird uns wahrscheinlich eine Story irgendwann da hinführen. Ja, wahrscheinlich. Ihr könnt auf mich springen. Nee, geht aber nicht. Doch, geht schon. Schade, geht nicht. Okay, der wird uns eine Story da noch hinführen. Ja, sicherlich. Vielleicht, oder keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall. Wir können uns gleich porten, wenn wir nichts mehr haben. Das ist ja irgendwie so, ich weiß nicht, wie man den, Style nennt. Also es ist halt Fantasy kombiniert mit, nicht Steampunk, sondern so. Es ist schottische, schottische Folklore oder englische Folklore, halt Elfen. Von welcher Serie habt ihr es jetzt? Carnival Row. Carnival Row. Auf Amazon Prime. Gab es ja, glaube ich, irgendwie eins. Mit Orlando Bloom und Carla Delawin. Ja. Und, ähm. Es ist auch krass, also was auch dieses, die Message halt dahinter mit dem Rassismus und so weiter, ist richtig gut. Ja, vor allem am Anfang ist es noch so la la la, so. Und dann aber gegen Ende der ersten Staffel wird es schon interessant. Also da hat man schon Bock bekommen dann auf die zweite Staffel. Also. Ja, schon, absolut. Also ich fand sie auch echt sehr gut, die Serie. Hat mir auch gefallen, doch. Hat sich immer mehr aufgebaut. So, also. Ja. Ja, okay, ich will jetzt doch mehr wissen. Okay. Ja, vor allem halt auch, wie verstrickt es ist, ne? So, wie, wie, wie das ist, wo du denkst, wo du dann halt so denkst, so, ja, okay, ich hab's durchschaut, der ist halt der Arsch. Bin jetzt so falsch. Und der ist, und der ist, äh, der ist halt der Gude oder so. Und dann dreht sich halt doch nochmal alles so ein richtiger Komplott und so. Echt krass. Seid ihr direkt, ah, ihr seid direkt hoch, gell? Fuck, ich bin so ein Idiot. Ja, ich hab schnell reisen. Wir müssen jetzt sowieso, ähm, quasi zu, 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 zu Sanktorari. Weil ich glaube, hier sind wir eigentlich fertig. Ja, kann ich auch jedem empfehlen, ist ganz cool gemacht. Auch nicht so lang. Ja, das war, glaube ich, ein, zwei Monate vorher, gab's in Englisch, zum, äh, in Englisch zu gucken. Ja, ich hab's in Englisch angeschaut, ja, mit Deutsch. Und dann kam's irgendwann später auf Deutsch raus oder so. Ja, ich hab's auch erst in Englisch geguckt. Bring das Fat Man in mein Labor. Aber ja, mittlerweile gibt's auf Deutsch, also kann man auch empfehlen, ja. Ja, gerade auf Englisch kam das cool mit dem Akzent von denen. Ja, das ist halt geil, ja, immer. Oh. Ich hab einige Waffen liegen lassen sich gerade. Oh, 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 ja, 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 ja. Direkt mal verkaufen. So, jetzt gibt's erstmal einen goldenen Schlüssel. Jetzt erstmal das Zeug verkaufen, man. Erstmal auf Schrotts setzen, den Mist. Äh, mit R. Oh, ich verkauf's einfach direkt, das brauch ich ja nicht auf Schrotts setzen. Oh, man kann ja nicht die Jacob's Waffen. Ah, nee, doch nicht. Scheiße, Mann, die Jacob's Waffen, wir haben sie immer noch im Inventar. Fuck, immer noch? Ja, ich schon. Hast du die nicht, hast du die nicht mehr? Nein, ich hab nicht geschaut. Verkauf ich auch. Come on, das verkauf ich auch. Come on. Graf ist zweimal da. Verkaufen, Mann. Verkaufen. Ich seh auch gerade. Ach, nee, das ist wieder eine Sniper. Oh, Mann. Wieso krieg ich noch Sniper und Bazookas? Genau die, die ich will. Und Pistolen. Okay, die zwei, drei Sachen behalte ich. Die schmeiß ich mir jetzt in den Tresor. Das ist nicht mein Zimmer. Ja, diese Ausrufezeichen mit Dings sind ja die Add-ons, ne? Die machen, oder DLCs, die machen wir jetzt natürlich nicht. Das ist meins. Oder? Normalerweise hat jeder seinen festen Raum. Ich müsste da vorne links gleich sein. Hier, das Zeug mal rein. Bin gerade im Überlegen, ob ich einen meiner kostbaren goldenen Schlüssel verwenden soll. Ich hab halt leider nur 54 Stück. Wenig, was? Deswegen ist es schwierig. Es soll es eher lassen, oder? Was hab ich denn dann neues? Knock-Maske. Ich warte mal noch, wenn wir die Mission abgeben, ob wir vielleicht ein Level abbekommen, dann macht es gleich mehr Sinn. Ja, Optik, genau. Achso, genau. Ich kann dir meine Skill-Punkte jetzt mal zurücksetzen. Ah, ich hab aber tatsächlich die Dinger, ähm, wo es hieß, äh, besitze ich schon. Ja, hab ich auch. Alter. Das machen wir. Ich kann tatsächlich noch besser aussehen. Ich kann tatsächlich noch geiler aussehen. Ja, ich hab's gerade gehört. Ey, du bist ja richtig, äh, richtig geil. Seid ihr jetzt wieder schon am Truhen, äh, fahren? Nee. Nö. Ich hab, ich hab noch einen goldenen Schlüssel rein, come on. Bring Papa mal ein bisschen Glück hier. Bring Papa mal ein bisschen Glück, Alter. Alter, was ist das? Vogelhalsband, Alter. Das ist so ein geiles Ding. Guck mal. What the fuck? Hast du einen Taubenkopf? Ja. Ja. Nee, ich mach's aber wieder weg. Ich wollte's nur zeigen. Alter, alles wieder. Ich mach mal den Indianer-Style, oder was das da ist. Erstmal verkaufen. Erstmal verkaufen. Mit was? Mit X, Alic, Schwott. Äh, du weißt, dass wir das nicht nehmen können. Doch, es kommt gleich runter. Und dann... Ja, ich würde sagen, wir geben erst mal die Mission ab, weil dann gibt's vielleicht ein Level ab. Und dann weißt du... Dann kriegen wir sein Artefakte oder so. Alles klar, dann geben wir erst mal die Mission ab. Artefakte, 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 Mann. Ehe, das ist eine ganz seltene, eklige Krankheit. Tut mir echt leid. Dass du Artefakte hast. Artefakte? Artefakte. 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 Das war richtig hart. Faszinierend. Und sie wirkt wirklich ziemlich intelligent. Wir können nicht aufhören. Ja, hier, nimm. Ja, ne epische Knarre, Mann. Aber die ist voll schlecht. In der Stufe. Ja, Mann. Tennis, das gefällt mir nicht. Tennis. Tennis. Ja, Level 33. Siehste, wusste ich doch. Oh, die Knarre ist jetzt weg. Die, ähm... Bändlich. Die wird böse, Alter. Die wird auf jeden Fall böse. Glaube ich nicht. Die spielt sie in Borderlands 4 dann. als ist die Sirene. Die wird böse. Okay. Dann spiel ich halt nächstes Mal ne böse Sirene. Ist mir egal. Geil, Alter. Ich spiel halt ne Sirene. Fertig. Erwecke nicht die innere Sirene in mir. Ich warne dich. Ist ein Snickers. Ist ein Snickers, Mann, ey. Okay. Tennis. Ich... Und tschüss. Boah, er ist auch noch nicht so beleidigt. Oh Mann, ey. Ja, aber Tennis ist ja auch ne... Ist ja auch ne Bitch, Alter, ey. Wie lautet der Plan, Lilith? Ist eiskalt? Wayne Wright. Er weiß, wo das letzte Schlüsselfragment ist. Auf zur Kammer. Wenn die Kalypsus diesmal kommen, werden wir bereit sein. Wayne Wright schien ziemlich aufgebracht. Ich kann es ihm nicht verübeln. Wer würde nicht die Chance ergreifen, zurückzuholen, was einem gestohlen wurde? Viel Glück, Kammerjäger. Keine Angst, ich pass auf das Schiff auf, Baby. Velex. Ah, geil, Alter. Äh, ich hab hier unten noch ne Mission, die wir annehmen können. Und ich meine nicht die DLC-Quest. Habt ihr das auch? Wollen wir, wie kommen wir hier wieder runter? Ich bin verwirrt. Hier. Einfach springen. Gen. Hier, Nummer 1 tiefer. Der Pfeil sagt down, 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 down. Der ist immer right, right, right. Ah, hier rein. Ah, Claptrap hat was, okay. Ah, vielleicht haben wir es geschafft mit seinen scheiß Dingern sammeln. Kann aber gar nichts machen. Jetzt sprechen. Jäger des verlorenen Steins. Leicht. Von Claps List. Hilft dem berühmten Xeongologen. Ja, come on, nehmen wir an. Die Claptrap-Mission wartet auf dich. Von einem Wissenschaftlernamen Frank Brown auf jeden Ficks. Ich hab das ganze wissenschaftliche Geschwafel nicht verstanden, aber Claptrap bräuchte er deine Hilfe bei Steinen. Aufregt. Seine Freude, Alter. Ist ja geil. Selber gebaut, oder? Ja, aus den Teilen, die wir haben. Ähm. Sie ist ein richtiges Fahrtsteinmonster. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen auch die Claptrap-Mission. Ähm, aber bevor wir das machen, ähm, muss ich erst mal meine Skills kurz neu verteilen. Und ich hab noch einen Schlüssel, einen Schlüssel geb ich aus für euch. Oh, ihr Geister, ich bin voll nett. Boah. Come on. Nee, komm. Ah, da liegt jetzt das Zeug von Fabi. Aber ich brauch davon nix. Pistolen sind... Fabi verkauft das alles. Weil das Schild guck ich mir mal an hier. Das ist nicht für mich. Ah, das guck ich, das eine Schild guck ich mir mal an. Vielleicht kann das was. Glaub ich mir mal... Ja, komm. Bisschen, bisschen slotten, ey. Ja, ich dreh jetzt halt, ne? Du kriegst halt nix. Weil bei mir gibt es eh wahrscheinlich... Nein, es gibt keine... Was? Oh, shit. Naja, okay. Was haben wir hier? Fabi, hatten wir nicht letztes Mal bei der Aufnahme dreimal das Herz? Boah, coole Frage, ey. Schon wieder? Ja, die Bombe. Ja, hattet ihr. Wir hatten doch dann... Wir hatten das Rode, ja? Stimmt. Was kam denn da raus? Da kam ja keine so Rode-Waffe raus. Nee, nee, es gab keine. Okay, das ist auch geil. Ich hab zwei richtig geile Schilde gezogen. Muss zum Markus. Eine kleine dumme Waffe verkaufen. Die ist echt blöd. Noch zu Wasser. Machen wir Munition auffüllen, bitte. 840, du Verbrecher, Mann. Ich räum hier mal auf, sonst verlieren wir die Übersicht. Warte mal, ich hab hier ein geiles Schild. Ich dropp das mal. Ich bin Spendabel, nochmal eins, komm. 2.199. Okay, da ist was Legendaries dabei. Geil. Okay. Eine Schrotze. Wer spielt gern mit Schrotzen? Schrotzen? Ja, es kommt drauf an, was gut die ist. Die ist richtig geil, Alter. Und was ist das hier? Hat es so ein Ding, den nehm ich auf jeden Fall mit. Ein Artefaktor? Ja, aber kann ich ja noch nicht verwenden, leider. Ich hab nochmal ein krasses Schild, Fabi. Das kann ich auch für dich droppen. Ja, gerne, gerne. Na, ich nehm mal alles mit hier kurz. So, okay, aufpassen. Drop it like it's hot, bitte. Ja, please. Also, passt auf, Moment. Jetzt muss ich kurz gucken. Also, wenn die Schrotze keiner will, nehm ich sie auch selber. Aber die ist schon richtig, richtig gut, glaub ich. Ist auf jeden Fall besser als meine hier. Das ist das. Und hier ist das Schild noch. Kann ich nur. Scheiß nochmal an, du. Auf jeden Fall erstmal weniger Schaden, ja. Ich kann's doch gar nicht benutzen, ich bin noch kein Level 33. Ja gut, aber kann's ja schon mal behalten. Manche sagen, dass sie die Gabe haben, dich zu deinem Schicksal zu führen. Verbraucht vier Schuss pro Schuss. Vier Moderation pro Schuss. Ja, aber ich glaub, ihr macht schon gut Bums, oder nicht? Ich brauche Balsam, Balsam. So, ich skill mal ganz kurz neu. Yes, das ist so eine, okay. Sag mal. Boah, Alter. Und jetzt kannst du draufschießen, oder? Mit dem zweiten Schuss, wenn du mit C wechselst. Kannst du draufschießen. Ne, mit C kann ich nichts wechseln. Dann schieß du mal, schieß du mal zum Ding. Erste Granate ist rausgeflogen. Schieß du mal zum Ding. Okay, Mann, Alter. Gut, 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 okay, okay, okay. Wo ist der? Ah, schon ausgewählt, wunderbar. Also mal Clap, Trap, Clappy, Trap, Trap. Oder willst du noch schnell dein Level noch machen? Ja, ich hab's gleich. Ich hab vorhin kurz auf Twitter gelesen, dass die Marvel-Filme etwas verschoben werden, die dieses Jahr rauskommen sollen. Ja, wobei, Ding ist ja eigentlich fertig gedreht, also. Aber ja. Black Widow und so. Black Widow, ja. Na gut, klar, macht ja auch irgendwie Sinn, ne. Ich mein, ja, wenn du jetzt das Ding raushaust. Es geht ja kein Einstkinder. Hey, Heuchner! Bitte, was? So. So. Ähm, habt ihr noch mal was reingeschmissen? Ne, ich nicht. Ja, komm, Alter. Ja, genau. Nochmal Legendary. Ey, ich hab grad einen Lauf, ey. Und keine, nicht nur Schilder. Boah, die machen sie geil aus, die Legendary. Ja, ist das eine Bazooka? Oder Flinte? Lösche die Flammen. Ne, das ist eine, ähm, ne, ne, ne. Stummgewehr. Assault Rifle ist das. Ah. Was? Seht einfach gar nicht was aus. Aber die macht gar nicht. Glaub ich, oder? Warte mal, ich nehm die mal kurz. Den Rest. Hier, das Blaue, sicherlich gut. Das eine ist für Fabi. Der Rest, der Rest kann Fabi verzicken. Der Rest kann Fabi verzicken. Ja, warte, ich droppe gleich alles. Lop. Äh, warte, so, warte, ich droppe euch das mal. Was vielleicht noch gut sein könnte. Ähm, Moment, wo waren das jetzt? Boah, wir sind eine fette Flinte, ey. Das frage ich nicht. Oh, da war noch was für Fabi. Äh. Wo war was für mich? Ja, komm. Ich bin denn shit. Uuuuuh, ja. Verkauf ich das andere? Das dürfte ja verkaufen, wenn er wohl so war, dass man sich jetzt mal kurz überprüfen, ob ich das mit dem tausche. Keine Fragen. Keine Fragen. Raus damit. Was, Reparaturzeit? Statt Nachleiterzeit ist Reparaturzeit. Alles klar, klingt ja interessant. Unbegrenzte Magazingröße, Waffe erhitzt sich und ist irgendwann kaputt. Was? Okay, was? Unbegrenzte Magazingröße, Waffe erhitzt sich und ist irgendwann kaputt. Deswegen steht da nicht Nachleiterzeit, sondern Reparaturzeit. Ja, das ist aber immer so. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Irgendwann geht es ja am Arsch und wirft das weg, dann hast du eine neue. Aha, okay. Töte diesen Kacke Farmer. Okay. Ich lasse sie mal. Okay, ich nehme die einfach mal, um es mal auszuprobieren. Da ist noch irgendwas Legendaries hier, nach meiner Map. Was ist mit dem, Fabi? Ich schieße aber relativ langsam, irgendwie. Der wird gleich abfallen wie eine Überallautomate. Na egal, ich gehe jetzt hier mal scheiß drauf. Sieht cool aus, deswegen. Sieht cool aus. Cool, es geht über Nutzen. Das sowieso. Ich muss auch mal den ganzen Schrott hier verkaufen. Dann blick ich hier nicht mehr durch. Ich frage an die lieben Zuschauer, gibt es gerade irgendeine Serie, die ihr gerade schaut? Oh, da ist noch was. Habt ihr nochmal was reingedreht? Das war Fabis, ja. Ja, 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 ja. Warte, das ist irgendwie noch was Legendary, was du hier noch. Ja, Zuschauer, haut mal raus. Ja, also. Interessant. Was geht so an? Vielleicht ist hier irgendwie eine Perle dabei, wo ich sage, okay. Schau ich mir auch mal. Wie viele goldene Schlüssel habt ihr noch? 27. 17. Okay, komm. Ich habe 51, also jetzt noch 50. Okay, nix doch. Nee, nix Legendary, schade. Irgendwie darf ich es holen, das ist ja lame. Warte mal, ich gucke mal, ob was lustig ist. Wie viele Artefakte da immer rauskommen jetzt gerade? Ja, ich glaube, wir sind kurz davor, dass es freigeschaltet wird. Wahrscheinlich. Aber jetzt machen wir ja Claptop und kriegen es übernommen. Ja, wir machen jetzt beides. Komm, ich nehme das mal verkauft, das schnell, dann machen wir weiter. Alles klar, alles klar. Hä? Ja. Fabi, Death Stranding hast du nicht durchgespielt bisher, ne? Nee, nee. Du schon? Ja. Und? Geil. Hast du alle Pakete rechtzeitig ausgeliefert? Nein, Mann. Du bist doch ein schlechter Postbote. Der Beste. Schlechteste, was? Hä? Du brichst mir das Herz. Du mir auch. Du hast gesagt, ich sehe immer aus wie ein Penner. Das darf ich mir jetzt wohl jahrelang anhören. Das ist allerdings korrekt. Wisse ich dich mal zu einem Drink einlade. Und dann zu den Best Friends. Sind wir doch eh. Forever. Und dann singen wir Shanties, Mann. Oh ja, dann singt er Shanties. Ho, ho, der Furby, der ist hässlich. Ach so, ich hätte jetzt eher, ich hätte jetzt eher gesungen. Ho, 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 der Furby ist ne Ho. 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 Was? Häh. Niemals. Kann ich nicht verneinen. Und damit ist dieses Video nicht mehr kinderfreundlich. Willkommen in der Fortnite. Welcome in the Jungle. Jetzt sind wir ja richtig. Sprich mit Miles Browner, doch das ist richtig. Und da gibt es, also die Nebenquests ist das mit dem Burger. Das machen wir nicht nochmal. Ja, die machen wir nicht, ey. Ey Miles, alles klar? Zum Glück bist du endlich da. Also ich finde es schon ein bisschen Racism, dass er braun heißt. Schon ist mir gar nichts in Topf gefallen. Baby Steiner. Ah ja. So ganz sauber bist du auch nicht. Baby Steine. Bitte einfach die Jabber und entferne diese übenden Organismen von diesem Bloody. Psst. Okay. Hier muss man hin. What the fuck? Ist er weit? Keine Ahnung. Alles widerlegt. Ich habe Jahre damit zugebracht. Halt die Back. Oh Mann. Ja, yes. Ich schaff das beim Einmal durch. Halt mal ruhig, Mann. Wir reden hier von Steinen. Sie sind weitaus mehr als Steine. Sie sind meine Welt. Alles was ich habe. Sie wurden sogar nach mir benannt. Eins, drei, neun, Punkt, drei, sieben, sieben, braune Steine. Jetzt nach rechts. Braune Steine. Braune Steine. Ja, das scheint verwirrend, aber das macht nichts. Finde sie einfach. Okay. Schauen wir nochmal die neue Waffe hier direkt mal aus, wa? Muss er euch da eigentlich die Granaten raus? Was geht ab? Okay, ja doch. Macht ein bisschen Schaden. Das hast du dir sicher anders vorgestellt. Gott, Alter, die platzen jetzt einfach zu. Ja, Legendary. Ein Beuteljabber. Ja, gut, eine Granate. Das kann ja schon nicht gut sein. Deins, es gibt noch mehr Geld. Aber es gibt keine bessere Granate als die Granate, die wir haben. Doch, das gleiche noch mit Iridium wäre, glaube ich, noch ganz geil. Oh, ja. Ach, ja, come on, kann man verkaufen. Aber wir müssen ins nächste Gebiet, oder was? Anscheinend. Ja, dann aufhi da aufhi. Ich lass die Waffe da liegen, ey. Braucht doch keine Hand. Kriegen wir dann nachher wieder beim Ding, äh, den Wert an. Ja, stimmt allerdings. Kriegen wir dann eigentlich da hergeschmissen, ey. Ja, was denn, wenn der Wert bei der Waffe dann auf null ist, dann... Kriegst du eine neue, oder was? Dann wirftest du sie weg, und dann hast du eine neue in der Hand. Wie nachladen. Das ist ein gewisser Prozess, der braucht halt eine gewisse Zeit. Oh, okay. Aber das dauert ja eh, wie der hat über 1000 Schuss. Bis der mal leer ist. Nee, der kann überhitzen, weißt. Ich glaube, wenn du, ähm... Ach so. Ich hab hier einen. Ja, nice. Folge der Spur. Ein neuer Stein hab ich aufgehoben. Ja, ist nach ihm benannt worden. Nice, nicer Stein. Doch einfach nur eingefrorener Kackhaufen, ey. Jäger, der verlorene Stein ist geil. Ja, ich weiß nicht, an was mich das erinnert. Nimm das, du widerlicher. Nimm das, du widerlicher. Braunen Stein. Das nachladen, warte. Okay, weiter. Das ist halt echt ein Kackhaufen, komm, hör auf. Ein brauner Stein. Das sind alles, was ich hab. Kein schlechter Schreck. Gut, dass Fabi 1000 Ausdrücke für seine Experimente hat, das wissen wir ja. Klaro. Hat auch jeder, oder? Jetzt ohne Scheiß, guckt's mal an, bevor ihr's aufnimmt. Also wenn das jetzt kein eingestingster Kackhaufen ist, haben wir ja auch nie an. Oh Mann, ey. Wir sammeln Kacke auf, Mann. So tief sind wir gesunken mittlerweile, Leute, also. Die Strafe ist wieder für so lange Faut. Was ist das denn? Was ist das? Das war irgendwie ein Bug, glaub ich, grad. What the fuck? Was ist das? Das ist von der Waffe, die ich hab, glaub ich. Schieß mal. Ja, eindeutig. Das sieht aber cool aus. Das ist kein Bug, oder? Hä? Ist das wirklich ein Bug, oder ist das so Absicht, das ist so? Nee, nee, das ist, glaub ich, Absicht. Nee, okay, jetzt. Nee, okay, das war ein Bug, glaub ich. Ach, keine Ahnung. I don't know. Das ist auch lang, warte mal. Fabi, ey, das ist doch ein richtiger Kackensammler, Mann. Ja, Mann. Was schießte da? Level 32. Nice. Nice. Tsch-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts. Retter des Rechts. Tsch-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts. Im Bösen geht es schlecht. Gibt's einen Dark-Win-Dark auch? Ja, Dark-Win-Dark gibt's auch, Mann. Was? Hab ich schon geguckt. Alter, dann musst du es. Hast du es schon komplett angeschaut? Nee, nicht alles. Ja, ich auch nicht. Hast du auch Folgen? Drei, zwei, eins, drei. Ah, die haben da auch ein bisschen was verkackt. Da gibt's, da fehlen die ersten Folgen. Was? Gibt's vielleicht auch nicht. Bei den Notfilmen, Alter. Oh shit, Alter, steht der neben mir und hinterher erstmal. Weil ich dachte, eigentlich ist es so, in der ersten Folge lernt er erstmal Kiki kennen. Also seine kleine Ziehtochter da. Ja, das wird übergangen. Ja, das wird einfach diese zwei Folgen übergangen. Ja, lächerlich. Ah, weiß ich nicht. Keine Ahnung warum. In der Schweiz war das jetzt zum Beispiel so, dass Iron Man 1 gefehlt hat oder immer noch fehlt. Oh Mann, ey. Iron Man 2 und 3 ist gar nicht, Iron Man 1 fehlt. Ja, ob's Fehler sind, weiß ich nicht. Vielleicht hat's ja auch irgendwelche Gründe. Ja, es könnte sein. Das könnte, da gibt's auf jeden Fall einen Grund. Irgendwelche rechtlichen Dinger wieder. Ich dachte, es sind nur vier Steine, Alter. Wir haben schon mindestens 20 von den Kakao aufgenommen. Nee, es sind 133.000, irgendwas. Okay, nur eine kleine Zahl. So, fahren. Ich kann mir vorstellen, dass die Mission genau da endet, wo wir vorher nicht reingekommen sind. Oh ja, jetzt. Oh, hallo. Zum Glück habe ich es noch vorher gesagt. Jawohl. Der Rest, meine Schätze, muss hier drin sein. Finde sie. Hätte ich in die Zukunft geschaut, Mann. Oh, da ist so ein kleiner Gang, da ist bestimmt was. Oh ja, krass, Alter. Und da ist nichts. Korrekt. Alter, ich bin jetzt extra zurück. Teufel. Der hat Geld dabei. Wow. Der ist tot. Ja, sorry, die Waffe macht ein bisschen viel Schaden. I'm so sorry. Einfach mal alles reklassiert, was hier überhaupt war. Ja, und ich habe neu geskillt. Die Blubberblase, die macht jetzt auch nochmal mehr Schaden, wenn ihr reinballert. Die Blubberblase. Ich habe noch ein... Nimm Abigail auf. Der Kakao hieß Abigail. Das Braunstein. Vorkommen in der Gegend einzusetzen. Das Braunstein. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Ah, halt auf. Wie kann man denn markieren? Ah, mit X. Ich habe es mit X, ja. Der ist eigentlich noch eine Legendary. Hat jemand eine Legendary liegen gelassen? Nee. Sie nimmt jeder für sich selber auf. Oh, das Schild, alles klar. Ähm, nö. Moment. Komm mal hoch. Krass. Krass. Ja, manchmal ist das voll verwirrend. Alter, voll geil. Tja, dann... Sollen wir uns starten? Ja, wollte ich gerade sagen. Können wir auch Schnellreise machen. Warte mal, da kann ich nochmal eins zurück, oder? Warte mal, wie geht das? Orbit-Ansicht. Und dann... Orbit? Äh, wo müssen wir dann hin? Zum Hochmord-Deck. Ah ja. Und dann da hin. Ich kann mich aber da hin nicht porten, weil... Ja, irgendwas kann Schnellreise verbündet da in einem Menü. Ach so, es kann nur einer. Dann geht mal raus. Ach so. Alles klar, ich werde raus. Geh raus.